Hallo liebe Stiere und willkommen. Ich habe Karten gemischt und ausgelegt für euer Sternzeichen für den Monat September 2020. Es geht um den Beruf, also diese Legung ist für Leute interessant vielleicht, die sich derzeit gewissen beruflichen Entscheidungen stellen müssen oder etwas verändern wollen, auch für Arbeitssuchende oder für Leute, die mehrere Angebote vorzuliegen haben. Ja, ich sage immer wieder, es ist ein Kartenspiel. Bitte schaut, ob das für euch auch passt, ob ihr eure Situation in dieser Legung wiederfindet. Falls nicht, dann macht es bitte nicht passend, dann ist es einfach nicht eure Legung. Ich starte hier rechts mit den Tarotkarten und ergänze anschließend links mit den Lennemontkarten. Ich beginne immer mit der Monatsenergie bzw. mit dem Monatsthema. Worum geht es hier grundsätzlich im Monatsseptember für euch? So, da habe ich hier zunächst 5. Münzen, die Kraft, 8. Stäbe und Ritter der Schwerter. Also bei euch geht es im Monatsseptember ganz stark darum, dass ihr einen gewissen Mangel spürt. Irgendetwas ist hier unzufriedenstellend mit den 5 Münzen. Also entweder befindet ihr euch in einem Teilzeitjob und wünscht euch irgendwie vielleicht eine Aufsteckung der Stunden, weil das Geld zu knapp ist. Oder ihr seid hier schon länger auf dem Posten und das Geld, also das Gehalt müsste mal erhöht werden. Ja, irgendwie ist hier wenig Geld da, habe ich das Gefühl. Oder wenn es nicht um Geld geht, dann geht es hier irgendwie um mangelnde Wertschätzung. Dass ihr das Gefühl habt, ihr macht da viel mehr, vielleicht wie die anderen Kollegen oder so und werdet da nicht gesehen. Die Leistung wird nicht so respektiert, wird nicht so anerkannt, wie sich das gehört. Oder vielleicht für die, die arbeitssuchend sind, die haben vielleicht ein Angebot vorzulegen. Ja, könnte passen so, aber naja, das Gehalt, der Stundenlohn ist halt irgendwie sehr gering. Vielleicht muss man da noch nachfragen in sowas halt in der Art. Ja, hier mit der Kraftkarte habe ich das Gefühl, dass ihr, liebe Stiere, jetzt diese Kraft sammelt sozusagen. Diesen Mangel hier auch anzusprechen, ja, davon sprechen auch acht der Stäbe. Etwas in Bewegung setzen, etwas kommunizieren, nach vorne gehen mit einer bestimmten Angelegenheit. Ja, hier mit dem Ritter der Schwerter ist angezeigt, entweder, dass ihr da mittlerweile schon stinkig seid, weil vielleicht dieser Zustand schon lange anhält und keiner will sich so richtig zuständig fühlen, diesen Zustand hier zu beheben. Ja, ansonsten könnte der Ritter der Schwerter auch dafür sprechen, dass auch diese Wünsche und Forderungen, die ihr hier vorbringt, von anderen sehr kritisch beobachtet werden, also sehr kritisch angenommen werden. Vielleicht versucht ihr das jemandem auch abzuwehren, diese Forderung, also diese Kommunikation so abzuschmettern, ist auch möglich. Also hier muss auf jeden Fall Klartext gesprochen werden, damit sich hier wirklich was ändert. So, hier haben wir nochmal drauf geklärt, die Herrscherin. Und das sagt mir, ja, es ist wichtig, dass ihr wirklich hinschaut, wo eure Stärken liegen, was ihr alles leisten könnt und euch dessen auch bewusst werdet, wie wertvoll ihr vielleicht für ein Unternehmen seid, weil mit diesem Bewusstsein ist es ja auch besser, in so eine Verhandlung reinzugehen. Ja, wenn der andere meint, nö, das steht dir jetzt nicht zu und du kriegst keine Gehaltserhöhung oder so, dass man da auch wirklich sich sachlich hinsetzt und sagt, nein, ich weiß, was ich wert bin, ich kenne meinen Wert. Ja, ich bin ein guter Mitarbeiter, ich bin immer fleißig, immer zuverlässig, ich bin jeden Tag pünktlich da, ich bin nie krank, mir steht das zu und ich bin eine erfahrene Arbeitskraft, auch für die, die schon lange in ihrem Beruf arbeiten, die sich da etabliert haben, ja, sich da vielleicht nicht wie so ein Auszubildender behandeln zu lassen, ja, sondern auch zu sagen, du, ich habe jetzt hier wirklich 30 Jahre Berufserfahrung vorzuweisen, mir steht das einfach mal dienstgradmäßig zu, so ungefähr. So, dann schaue ich mal auf die Vergangenheit, was war denn da so los beruflich? Ja, da sehe ich hier zwei der Münzen und draufgeklärt sieben der Schwertern. Also vielleicht ging es bei einigen in der Vergangenheit darum, man sollte hier was entscheiden, man musste sich vielleicht zwischen zwei Angeboten entscheiden oder man hatte da was, in petto und dann kam noch ein zweites Angebot. Hey, willst du nicht lieber das machen oder willst du nicht den Posten wechseln? Ja, hier könnte es auch sein, dass man da in der Vergangenheit ja sehr viel zu tun hatte und verschiedene, sich um verschiedene Projekte kümmern musste vielleicht, ja. Also hat auf jeden Fall irgendwie Stress verursacht, diese Situation. Und hier mit sieben der Schwertern ist auch möglich, dass euch in der Vergangenheit irgendwas angeboten wurde, vielleicht, naja, falsche Versprechungen, ja, wurden da vielleicht gemacht. Da wurde mehr versprochen, als am Ende rauskam, so ungefähr, ja, so nach dem Motto, es ist nicht alles Gold, was glänzt und das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Oder vielleicht kristallisiert sich das jetzt auch so heraus. So, dann schaue ich mal hier auf die Gegenwart. Hier haben wir neun der Münzen und draufgeklärt sieben der Kälte. Ja, also neun der Münzen. Ja, also ihr habt euch momentan doch irgendwas erarbeitet. Ihr habt hier ein stabiles Fundament. Also von der Stabilität sprechen hier auch diese Münzen. Ja, ihr habt eine gewisse unabhängige Stellung auch vielleicht erreicht. Ja, das kann auch bis zu einem gewissen Ausmaß gehen, dass man sagt, ich habe hier diese neun der Münzen und wenn mein Arbeitgeber hier in der Zukunft meine Arbeit nicht mehr wertschätzen kann oder mir nicht mehr anbietet, dann gehe ich vielleicht sogar aufs Ganze und schmeiße diesen Job, weil ich habe genug Rücklagen, um auch mal ein paar Monate über die Runden zu kommen. Ja, also weil hier mit diesen sieben Kälten besteht leider die Gefahr, dass man in einer bestimmten Angelegenheit sich täuschen könnte. Man könnte sich hier vielleicht eine falsche Versprechung machen. Hier könnte jemand einen mit etwas locken, irgendetwas vorgaukeln und falsche Hoffnungen machen vielleicht auch. Vielleicht auch falsche Hoffnungen auf diese neun Münzen ist auch möglich. Ja. Also ich glaube, hier schätzt man die Situation im Moment nicht hundertprozentig realistisch ein. Muss ich leider so sagen. So. Ja, ich schaue mal direkt auf dich, lieber Stier. Wie gehst du denn jetzt hier mit diesem Thema um, mit der Situation um? So. Haben wir zunächst hier die Liebenden und zwei der Schwerter. Hm. Also ich glaube, einige Stiere befinden sich hier in einem Arbeitsumfeld, wo sie eigentlich ihre Arbeit schon sehr gerne machen. Vielleicht ist das so dieser Traumberuf oder der Job, den man sich so erträumt hat. Aber irgendetwas stört hier oder irgendetwas macht Kopfschmerzen, weil man hat hier irgendwas im Kopf. Man hat hier eine gewisse Idee im Kopf, die lässt einen nicht ruhen. Man muss hier doch irgendwas entscheiden. Man kann es aber nicht. Man ist hier im Widerspruch, ja, mit sich selbst. Man befürchtet hier vielleicht auch etwas, weil ich habe hier drauf geklärt, sieben der Stäbe. Also hier geht es auf jeden Fall auch sehr stark um Entscheidungen. Hier müssen irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und möglich, dass ihr hier befürchtet, dass irgendeine Entscheidung gegen euch ausfällt. Ja, oder dass ihr hier etwas nicht bekommt oder dass irgendeine Kommunikation, ja. Weil hier oben haben wir ja acht der Stäbe. Acht der Stäbe, dass irgendeine Kommunikation zu eurem Nachteil ausfällt. Also eine Entscheidung. Ja, zum Beispiel, wenn ihr um eine Gehaltserhöhung angefragt habt, dass ihr da eine Absage bekommt, eine Ablehnung. Vielleicht deswegen diese zwei Schwerter. Und dann überlegt man sich, okay, wenn ich das jetzt hier nicht kriege, bleibe ich dann noch? Ja, eigentlich will ich bleiben, weil ich mag meinen Job. Aber es ist nun das Richtige, dass ich hier in einem Job bleibe, wo vielleicht das Geld nicht stimmt oder so, ja. So, ich schaue mal auf das Gegenüber. Was macht das Gegenüber? Also das Gegenüber könnte hier jetzt irgendwie ein Vorgesetzter sein, das Unternehmen allgemein, die Chefin, der Chef oder auch potenzielle Arbeitgeber, ja. Bei manchen geht es ja auch um irgendwelche Sachen mit den Kollegen. Das müsst ihr dann entsprechend umwandeln, umdenken auf eure Situation. So, ich habe hier zunächst zwei der Stäbe und den Magier. Also euer Gegenüber, ja, hat hier auch noch keine Entscheidung gefällt. Also in welche Richtung er gehen möchte, was er nun machen wird. Also in dem Fall, wenn wir das Beispiel mit der Gehaltserhöhung nehmen, ähm, ist sich das Gegenüber nicht sicher, ob er euch das geben möchte. Und er sagt vielleicht, nein, ich kann nicht, ähm, weil momentan läuft es schlecht im Unternehmen. Du weißt ja, und hier und da. Aber die Karten sagen mir also, er könnte durchaus, weil das Gegenüber ist ja auch als Magier unterwegs. Das Gegenüber könnte euch auf jeden Fall eine Chance geben. Also wenn hier irgendwelche Ausreden kommen, gerade wegen Geld, ne, geht nicht und Ebbe in der Kasse oder weiß, weiß ich. Das stimmt nicht, ja. Der möchte das einfach noch nicht entscheiden. Und wenn es hier für Arbeitssuchende darum geht, ähm, kriege ich jetzt hier irgendwie den neuen Vertrag. Ähm, ja, das Gegenüber, also hier der potenzielle Arbeitgeber ist sich sehr unschlüssig. Ja. So, dann schaue ich mal so, wie kann sich das in der Zukunft weiterentwickeln. Für euch. Ja, sehr schön, hier mit den 10 Münzen. Also in der Zukunft, ähm, ja, kommt ihr dort an, wo ihr hinmöchtet, in die totale Stabilität, vor allem finanziell. Ja, hier ist auch angezeigt, so, dieses, ja, dieses Arbeitsverhältnis, wo man sich auch wirklich gebogen und heimisch fühlt, ja. Man kommt da auf Arbeit und man ist freundlich miteinander, kann sich gegenseitig vertrauen. Ja, man unterstützt sich gegenseitig, ja. Das ist hier, das ist hier, liegt hier bei dir in der Zukunft auf jeden Fall, ja. Aber hier mit diesen Karten, 8 der Schwerter und 4 der Münzen, ähm, habe ich das Gefühl, dass das nicht im September klappen wird. Weil wir haben hier 8 der Schwerter und hier im September ging es hier um, um diese 8 Stäbe, um eine gewisse Kommunikation und hier habt ihr schon irgendeine Befürchtung. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass ihr hier nicht das bekommt im September, ähm, was ihr euch vorstellt, ja. Also, also, wenn es hier um eine Gehaltserhöhung geht, dann, äh, kommt die wahrscheinlich nicht. Oder wenn sie kommt, dann fällt sie sehr mickrig aus. Ja, also, das wird hier noch nicht im September klappen. Also, grundsätzlich, ja, aber nicht im September. Und, äh, diejenigen, die, sag ich mal, sich hier schon länger irgendwie in einem Arbeitsverhältnis befinden, wo immer wieder falsche Versprechungen gemacht werden, ähm, wo ihre Arbeit nicht wertgeschätzt wird, ja. Ich glaube, die überlegen sich wirklich langfristig, ob sie woanders, ähm, nicht mehr wertgeschätzt werden. Ja, da willst du ja hin lieber stehren und nicht hier sowas. So ein grießkrimien Geiz, als der, der euch nichts geben möchte. Ja. So, ich schaue hier nochmal rüber auf die Lennemont-Karten, was die so sagen. Ja, ich habe hier erstmal eine Dame, die guckt hier auf den Brief. Also, hier kommen anscheinend Nachrichten rein. Hier wird auch auf Nachrichten gewartet, irgendeine Benachrichtigung. Zentral in der Mitte ist das Kind. Ja, einige befinden sich in einem Arbeitsverhältnis, was ich auch eingangs, äh, erwähnt hatte. Also, das ist sowas hier wie so ein Minijob oder Teilzeit, ja, wo wenige Stunden vielleicht, ja, hier das Kind und hier die Uhr. Also, wenig Stunden irgendwie und vielleicht müsste man das ändern, ja, weil klar, wenige Arbeitsstunden bedeuten auch weniger Geld. Das ist ja so. Ähm, und ja, vielleicht müsste man das hier verändern und hier ist ein Brief, das Herz und die Blumen. Also, auf jeden Fall eine Kommunikation diesbezüglich, die auch schön verläuft hier mit dem Herzen. Hier sind auch sehr viele Möglichkeiten, Offerten, also Einladungen vielleicht auch zu Vorstellungsgesprächen oder Einladungen zu Gesprächen. Äh, ja, bezüglich der Arbeitssituation, wenn hier irgendwie so eine Verhandlung stattfindet oder so, ja, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Man begegnet sich hier auf jeden Fall freundlich und erstmal offen. Ähm, ja, hier ist die Zeitkarte. Ja, Zeit ist irgendwie ganz wichtig, ist hier im Fokus. Vielleicht muss man hier noch Geduld haben, weil drunter ist das Schiff. Man muss in einer gewissen, ähm, Angelegenheit noch abwarten, ja, sagt hier das Schiff. Das zieht sich hier noch hin. Also, wie gesagt, wenn, wenn hier einige auf mehr Geld pochen, ja, das wird kommen, denke ich mal, hier mit diesen zehn Münzen, aber das dauert hier noch. Ja, und für diejenigen, ähm, die sich jetzt momentan auf Arbeitssuche befinden und auf einen Vertrag hoffen, äh, also ich sehe hier auf jeden Fall viel Kontakt, ja. Ja, also hier im Bewerbungsverlauf ist hier sehr viel Kommunikation los. Hier liegt auch schon ein Vertrag, ja. Hier der Ring steht ja für einen Vertrag und das ist hier ein Angebot für einen Arbeitsvertrag. Allerdings ruht dieser Ring hier noch, ja, der ist auf Position acht und mit dem Schiff sehe ich, da kommt was, vielleicht verschleppt sich das hier auch, vielleicht verzögert sich da, vielleicht habt ihr irgendwie Bewerbung geschrieben und ihr wartet auf eine ganz bestimmte Antwort und das verzögert sich hier noch. Aber das kommt, ja, das ist hier schon unterwegs zu euch, auf jeden Fall. Ja, hier sehe ich auch welche, die, ähm, von euch, die haben hier eine Kommunikation mit dem Arbeitgeber, weil es geht hier irgendwie ums Kind, vielleicht auch die Integration, weil hier ist die Zeitkarte von, äh, ja, Mutterschaft und, äh, ja, Kindererziehung und, äh, Vollzeitjobs ungefähr, ja. Dass man vielleicht hier auch ein paar Stunden runtergeht, ähm, oder auch umgekehrt, ja, man war hier lange Zeit, äh, in diesem Erziehungsurlaub und, äh, jetzt fängt man wieder klein an mit weniger Stunden, ähm, also irgendwie ist hier was mit diesen, mit diesen kleinen, ja, mit diesen wenigen Stunden oder einige haben hier auch was Neues angefangen, ja. Und, äh, ja, das bringt erstmal kleines Geld, also, ähm, aber auf jeden Fall eine schöne Legung, muss ich sagen. Also hier ist Potenzial drin, auf jeden Fall, aber hier Geduld, liebe Stiere. Hier, die Dame, die dreht sich ja schon weg von diesen Wolken, von diesen Unklarheiten, ja, die guckt hier rein in diesen Brief, in dieses Herz, in die Blumen, das Kind, der Ring, ja, wunderschön. Sehr gut. Liebe Stiere, alles Gute im September, ich drücke euch die Daumen und viel Erfolg. Tschüss! Und dann holen wir sie, ja, was ich jetzt? Vielen Dank.